Dieses Video wollte ich eigentlich letztes Jahr schon gemacht haben, habe ich leider nicht, deswegen kommt es jetzt erst. Ihr bekommt in diesem Video ein kleines Recap von 2021 und natürlich eine Preview für 2022. Einfach dranbleiben, jetzt erstmal Intro. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von MeinOhrenkino und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie gesagt, dieses Video müsste ich eigentlich letztes Jahr schon gemacht haben, aber ich habe es nicht gemacht und deswegen muss ich das jetzt nachreichen. Aber ich möchte es auch gleich kombinieren mit einer Preview für 2022. Fangen wir aber mal ganz kurz an mit der Recap für 2021. Was waren da so meine Highlights? Insgesamt muss ich sagen, dass 2021 für mich ganz gut gelaufen ist. Also hörspieltechnisch ist es sehr gut gelaufen. Ich habe zwar nicht so viel auf diesem Kanal hier hochgeladen, aber hinter den Kulissen und auf meinem Blog und auch so viele Projekte sind entstanden, muss ich einfach sagen, ist es ganz gut gelaufen. Was heißt das aber genau im Detail? Wir haben zum Beispiel einige Creepy Tales hochgeladen, das waren glaube ich drei Stück. Wir haben auch neue Creepy Tales eingesammelt, also neue Geschichten. Da geht es in jedem Fall weiter, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann habe ich natürlich die erste Staffel von Motorum Kibus abgeschlossen. Das habe ich mit dem Zweiteiler Pandora gemacht und ich muss sagen, das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich weiß, ich habe viel zu lange für die Einzelteile gebraucht. Die Abstände zwischen den einzelnen Videos war viel zu lange und das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen. Ein Mega-Highlight auf jeden Fall für mich war auch die Hörspiel-Cont von Thomas Birka, Dreamland and Friends. Nicht nur, weil ich Leute aus meiner Cast getroffen habe oder Ivan Leon Menger. Nein, ich habe auch mit Thomas persönlich gesprochen. Wir haben uns endlich mal kennengelernt und natürlich, wir haben auch darüber gesprochen, ob wir denn nicht mal zusammen irgendwas machen können. Aber dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, war, dass letztes Jahr die Uni Osnabrück angefragt hatte, ob ich nicht ein Webinar halten könnte zu dem Thema, wie schreibe ich ein Hörspiel-Skript. Die haben im Zuge eines Semesters, wollten die ein eigenes Hörspiel machen und haben mich dazu quasi eingeladen, dass ich den Studenten mal so ein bisschen erkläre, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch vor kurzem ein Interview dazu hochgeladen, auch auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch nochmal hier auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall, lasst euch das nicht entgehen. Was ich auch mega fand, war, dass mein Blog, also meinohrenkino.de, deutlich gewachsen ist. Ich habe deutlich mehr Zugriffe als noch 2022. Ich habe insgesamt knapp 10.000 User gehabt, die letztes Jahr meinen Blog besucht haben. Ich habe fast 40.000 Seitenklicks erreicht und ich habe insgesamt 300 oder über 350.000 Impressions gesammelt. Für meinen kleinen Blog muss ich wirklich sagen, ist das schon wirklich mega. Und dafür möchte ich auf jeden Fall euch danken, dass ihr euch so dafür interessiert und dass ihr auch auf meinen Blog geht, euch die Rezension durchlest. Auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Kommen wir zu den Dingen, die in 2021 nicht so gut funktioniert haben und die mich zugegeben auch ein ganz klein bisschen angefressen haben. Ich habe ja letztes Jahr und auch schon davor das Jahr quasi Verstärkung für das Team gesucht. Ich habe jemanden gesucht, der mich unterstützt beim Schneiden von den Hörspielen und auch so ein bisschen vielleicht die Produktion mitmacht. Und für die Creepy Tales habe ich auch jemanden gefunden und das hat leider nicht, das hat eigentlich, also es hat schon funktioniert. Er hat ein Hörspiel gemacht, er hat ein Creepy Tale gemacht, das auch wunderbar funktioniert hat. Überhaupt keine Frage und ich will auch keinen Vorwurf machen. Was aber nicht funktioniert hat, ist einfach, dass die Leute dann am Ball bleiben und mich quasi weiter unterstützen. Es sind immer nur einzelne Projekte und es ist sehr mühselig, da jemanden zu finden und ich konnte bis jetzt noch niemanden davon überzeugen, dass er wirklich regelmäßig bei meinem Ohrenkino mit einsteigt und mich unterstützt. Ich muss sagen, das hat mich wirklich enttäuscht, dass ich da nicht wirklich jemanden gefunden habe. Aber wie gesagt, ich gebe die Suche nicht auf. Ich werde auf jeden Fall weitersuchen in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch jemanden finde. Der zweite Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, war, dass ich von der Reichweite nicht das erreicht habe, was ich wirklich wollte. Ich hatte schon letztes Jahr geplant, dass ich eigentlich die Tausender Marke bei den Abonnenten bei YouTube knacke und das habe ich nicht geschafft. Ich kenne natürlich auch die Gründe. Ich lade viel zu wenig Content und auch nicht regelmäßig Content hoch. Das ist aber ein Umstand, den ich einfach so nicht spontan abstellen kann. Deswegen freut es mich umso mehr, dass er mich immer unterstützt, auch wenn ich nicht regelmäßig Content hochlade und freue mich wirklich über jeden Kommentar, den ihr macht. Ich freue mich über jeden Like und das bestärkt mich wirklich, mit diesem Projekt einfach hier auf YouTube auch weiterzumachen. Deswegen vielen Dank nochmal an der Stelle für euren Support. Es ist natürlich nicht eure Schuld, dass ich die Ziele nicht erreiche, sondern es liegt natürlich nur an mir. Aber trotzdem, ich finde es wirklich mega, dass sie mich auf jeden Fall so unterstützt und ich merke auch, dass es in letzter Zeit wirklich deutlich mehr wird. Ich bekomme mehr Anfragen, ich bekomme mehr Kommentare auf die Videos und ich muss sagen, das freut mich wirklich und das bestärkt mich, damit weiterzumachen. Kommen wir aber jetzt zu der Preview für 2022. Was habt ihr zu erwarten? Was möchte ich alles machen? Fangen wir einfach mal an mit den Projekten, die jetzt schon laufen, dass ich euch eine kleine Übersicht geben kann. Ich habe im letzten Jahr schon angefangen. Alle, die mir auf Instagram und Facebook folgen, werden das schon wissen. Ich habe für Holy Soft eine Produktion gemacht. Die habe ich jetzt kürzlich abgeschlossen und zwar letzte Woche. Das Master habe ich zur Korrektur geschickt und es ist abgenickt worden und das Projekt ist abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Karl May Klassiker und zwar der Schwarze Kapitän. Das ist auch nicht meine erste Holy Soft Produktion. Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit eine Produktion für die gemacht und sie haben auch gesagt, sie würden auch gerne weiterhin mit mir zusammenarbeiten. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich nochmal für die eine Produktion mache. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Ob das dieses Jahr sein wird, das weiß ich noch nicht. Nachdem ich jetzt Holy Soft abgeschlossen habe, habe ich auch gleich schon wieder die nächste Produktion vor der Brust und zwar für Contendo Media. Christoph Piasäcki, der Kopf von Contendo Media, hat mich gefragt, ob ich nicht wieder Bock hätte, kein Creepy Tale, sondern ein Midnight Tale zu machen. Und da habe ich natürlich auch wieder zugesagt, Autor der Geschichte ist wieder Frank Kamerschmidt. Den kennt ihr aus den Zukunftskroniken. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass er meine Arbeit zu schätzen weiß und auf mich zurückgekommen ist. Und wann das Ganze erscheint, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade so angefangen, so die ersten Seiten zu vertonen. Und da komme ich auch ganz gut voran. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ich wahrscheinlich schon, ja, ich gehe mal davon aus, nächsten, spätestens übernächsten Monat auch diese Produktion abgeschlossen haben werde. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Dann hatte ich ja euch noch erzählt, dass ich bei Dreamland and Friends mit Thomas Birker gesprochen hatte. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen mal besprochen, was wir denn zusammen so auf die Beine stellen können. Und er hat mich dann jetzt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für Tony Ballard den Dialogschnitt zu übernehmen. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich gefreut, weil nicht nur, dass ich Tony Ballard gerne höre, sondern dass ich jetzt Teil davon sein kann. Ich muss sagen, da habe ich wirklich Bock drauf und da freue ich mich drauf. Und ich hoffe auch, dass das ganz gut funktioniert. Also ich werde erst mal, wir haben so vereinbart, die ersten vier Produktionen übernehmen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, dass es funktioniert und ich weiter für ihn arbeiten kann. Weil ich muss sagen, Teil von diesem Team zu sein, das fände ich schon wirklich super. Und da habe ich mich wirklich unheimlich drüber gefreut. Dann gibt es noch ein paar Projekte, die in Planung sind, wie zum Beispiel Maximilian Stark, einen zweiten Teil. Und ich muss sagen, Maximilian Stark, das war ja mein allererstes Hörspiel. Und ich habe immer schon geplant, diese Geschichte fortzuführen. Und das hat aber während der ganzen Produktion, die ich sonst so gemacht habe, nie funktioniert. Und ich habe mir wirklich gesagt, dieses Jahr 2020 möchte ich auf jeden Fall zumindest das Skript für den zweiten Teil von Maximilian Stark schreiben. Es wird auf jeden Fall eine große Änderung geben. Es gibt in der Geschichte ja einige quasi, die auch jetzt im zweiten Teil vorkommen. Ich habe mich aber dazu entschieden, die komplette Cast ganz neu zu besetzen. Das liegt nicht daran, dass ich gesagt hätte, dass meine Freunde es nicht wert gewesen wären. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es ist einfach so, dass ich mittlerweile viel mehr Kontakte in die Hörspielszene habe. Ich kenne viel mehr Sprecher. Und das Spektrum ist einfach größer. Und das möchte ich ganz gerne ausschöpfen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, diese Geschichte. Weil ich habe lange schon überlegt. Und an vielen Stellen habe ich mir schon Sachen aufgeschrieben. Und dieses Skript muss jetzt eigentlich nur noch so in Reih und Glied gebracht werden und warte dann nur noch auf die Produktion. Und wenn es gut läuft, würde ich auch dieses Jahr schon mit der Produktion anfangen. Das nächste Projekt, was ich zu stemmen hätte, das wäre auf jeden Fall die zweite Staffel von Motorum Kibus. Auch wenn die erste Staffel so ein bisschen kurios gelaufen ist, habe ich aber an den Zahlen gesehen, dass es doch die Leute interessiert und dass ihr da durchaus gerne mehr von hättet. Und da würde ich es gerne so machen, dass ich bei der zweiten Staffel wieder auf mein ursprüngliches Konzept zurückgreife. Eigentlich wollte ich es ja so machen, dass ich diese untoten Geschichten aufteile, immer in ganz kurze Episoden, so im Tagebuch-Style. Das heißt also immer so 20-Minuten-Dinger, aber dafür mehr Episoden hintereinander bringe. Und das Ganze ergibt dann so eine kleine Geschichte. Und das würde ich gerne auf jeden Fall bei der zweiten Staffel machen, dass ich wirklich das hinkriege, dass ich wirklich kleinere Häppchen mache, kleinere Episoden, die dann aber auch regelmäßig produziere. Bedeutet also, ich würde tatsächlich alle Episoden zu Ende schreiben und erst wenn ich die allerletzte Episode zu Ende geschrieben habe, beginne ich auch mit der Produktion. Und ich würde auch so weit produzieren, dass ich euch regelmäßig quasi immer eine neue Episode präsentieren kann und nicht wie bei der ersten Staffel, dass ihr irgendwie zwei Jahre auf einen kleinen Teil warten müsst. Dieser Fehler wird mir nicht nochmal passieren, das verspreche ich euch. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert gerne das Video und vor allem abonniert meinen Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst, wenn ich eins hochlade. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!